ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal wir sehen uns jetzt hier wieder mit einer runde wallheim konfrontiert habe schon ein bisschen weiter gespielt um einfach mal ein bisschen sicherer auch in der bedienung zu werden und gehen einfach mal wieder und schauen wir mal was wir hier so alles noch anstellen können natürlich sind wir wieder auf unserem eigenen server sowie es eigentlich auch sein soll jetzt schon ich habe einen bogen gemacht mit der stufe 2 also im endeffekt hier in der werkbank könnt ihr dann eure sachen upgraden und es wird euch dann auch gezeigt wie teuer das ganze wird schau mal die habe ich auch neu gefunden blaubeeren hier habe ich auch schon ein paar bienen gezüchtet hat vier mal honig können wir in die kiste reinmachen also honig ist ein sehr guter energie lieferant so 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 Oh. Jetzt wackelt es aber ganz schön. Okay. Ui, da muss ich aber lausgehen. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Und tschüss. Jetzt riech ich in mein Haus. Da bin ich bestimmt sicher. Okay, bin ich eigentlich doch nicht so sicher. Jetzt zerlegt mir mal ne Bude hier drin. Gehen wir mal raus. Wirklich der. Diese Hände hände, was ich beendet habe. Ist denn das? Wirklich der. Jetzt wieder einmal ein Herz. Wirklich das? Wirklich der. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.